Hilfe, die Herdmanns kommen Normalerweise machte die erste Probe des Krippenspiels nicht mehr und nicht weniger Spaß als eine dreistündige Fahrt im Schulbus und war mit ebenso viel Lärm und Gedränge verbunden. Diese Probe verlief anders. Alle waren ruhig und setzten sich gleich hin, weil sie Angst hatten, es könnte ihnen sonst vielleicht entgehen, was die Herdmanns Schreckliches anstellen würden. Sie kamen zehn Minuten zu spät und schlenderten in den Raum wie eine Bande Geächteter, die vorhat, einen Saloon leerzuschießen. Mutter sagte, hier kommt Familie Herdmann, wir freuen uns, euch alle hier zu sehen. Das war sicher die dickste Lüge, die je in einer Kirche laut ausgesprochen wurde. Eugenia lächelte, das Herdmännerlächeln, wie wir es nannten, dreckig und gemein. Und dann saßen sie da, fast kriminell in unseren Augen. Und die sollten nun das Edelste und Schönste darstellen, das es gab? Kein Wunder, dass alle aufgeregt waren. Mutter fing an, die Kinder in Hirten und Engel und Herbergsgäste einzuteilen. Und schon gab es die ersten Schwierigkeiten. Wer waren denn die Hirten? Wollte Leopold Herdmann wissen. Wo kamen die her? Olli Herdmann wusste nicht einmal, was Hirten sind. Was ist eigentlich eine Herberge? Fragte Klaus. Sowas ähnliches wie ein Hotel, erklärt ihm jemand, wo Leute übernachten können. Was für Leute? Fragte Klaus. Jesus? Nicht zu fassen, murmelte Alice Wendlaken. Jesus war noch gar nicht geboren. Maria und Josef gingen dorthin. Warum? Fragte Ralf. Wie ging's los? Schrie Eugenia, meiner Mutter zu. Fangen Sie doch am Anfang an. Das jagte mir ein Schrecken ein, denn der Anfang war das Buch Mose, wo es heißt Am Anfang schuf Gott. Und wenn wir mit dem Buch Mose beginnen würden, kämen wir nie durch. Die Sache war eben die, dass die Herdmanns nicht das Geringste von der Weihnachtsgeschichte wussten. Sie wussten gerade noch, dass Weihnachten der Geburtstag Jesu war, aber alles andere war neu für sie. Die Hirten, die Weisen aus dem Morgenland, der Stern, der Stall und die überfüllte Herberge. Das war schwer zu glauben. Jedenfalls war es das für mich. Alice Wendlaken fiel es nicht schwer. Wie sollen die etwas von der Weihnachtsgeschichte wissen, sagte sie. Sie wissen nicht mal, was eine Bibel ist. Schau dir an, was Hedwig vorige Woche mit dieser Bibel gemacht hat. Während Eugenia das Geld aus dem Kollektenteller geklaut hatte, hatten Hedwig und Olle die Propheten in der illustrierten Kinderbibel mit Bärten und Schwänzen verziert. Sie waren noch nie in ihrem Leben in der Kirche, bis dein kleiner Bruder ihnen weiß gemacht hat, dass wir dort Süßigkeiten bekommen, sagte Alice. Woher sollen die also die Weihnachtsgeschichte kennen? Sie hatte recht. Natürlich könnten sie etwas darüber gelesen haben, aber sie lasen nie etwas anderes als Comics. Sicher hätten sie auch im Fernsehen etwas darüber erfahren können, aber Ralf hatte ihren Fernseher für 65 Cent auf einem Flohmarkt gekauft und man konnte nur etwas sehen, wenn einer die Antenne festhielt. Und selbst dann nicht sehr viel. Jedenfalls hatten sie keine Ahnung. Und Mutter sagte, es sei wohl das Beste, zuerst einmal die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorzulesen. Unter anderem waren die Herdmanns dafür berüchtigt, niemals stillzusitzen und niemals irgendjemandem zuzuhören, weder Lehrern noch Eltern, den eigenen oder anderen, noch dem Schulrat oder der Polizei. Und jetzt saßen sie da, hingen an den Lippen meiner Mutter und sogen jedes Wort in sich ein. »Was ist das?« fragten sie immer, wenn sie einen Ausdruck nicht verstanden. Als Mutter vorlas, dass kein Platz in der Herberge war, fiel Eugenia das Kinn herunter und sie sprang auf. »Verdammt«, sagte sie, »nicht mal für Jesus?« »Na ja, also«, erklärte Mutter, »niemand wusste, dass das Baby Jesus sein würde.« »Sie haben gesagt, Maria wusste es«, sagte Ralf. »Warum hat sie es denen nicht gesagt?« »Ich hätte es ihnen gesagt«, rief Eugenia dazwischen. »Mann, denen hätte ich es vielleicht gesagt. Was war denn mit Josef los? Warum hat er es nicht gesagt, dass sie schwanger war und das alles?« »Wie hieß das, wo sie das Baby reingelegt haben?« fragte Leopold. »Diese Krippe. Ist das so eine Art Bett? Warum hatten die denn ein Bett im Stall?« »Das ist es ja gerade«, sagte Mutter. »Sie hatten eben kein Bett im Stall. Also mussten Maria und Josef das nehmen, was sie dort vorfanden. Was würdest du denn tun, wenn du ein kleines Baby hättest und kein Bett, um es hineinzulegen?« »Wir haben Hedwig in eine Schreibtischschublade gelegt«, erklärte Eugenia. »Siehst du«, sagte Mutter und zuckte ein bisschen zusammen, »ihr habt kein Bett für Hedwig gehabt und habt deswegen auch etwas anderes nehmen müssen.« »Wir hatten schon eins«, sagte Rolf, »aber Olli war noch drin und wollte nicht raus. Er mochte Hedwig nicht.« »Wie dem auch sei«, sagte Mutter. Maria und Josef nahmen die Krippe. »Eine Krippe ist ein hölzerner Futtertruck für Tiere.« »Was waren denn die Bindeln?«, wollte Klaus wissen. »Die was?«, fragte Mutter. »Na, Sie haben es doch vorgelesen. Sie wickelte ihn in Bindeln.« »Windeln«, seufzte Mutter. »Früher hat man die Babys fest in große Tücher eingewickelt, sodass sie nicht herumstrampeln konnten.« »Sie meinen, Sie banden es zusammen und steckten es an einer Futterkiste?«, sagte Eugenia. »Wo blieb denn da die Jugendfürsorge?« Die Jugendfürsorge kümmerte sich immer um die Herdmanns. »Ich wette, wenn die von der Jugendfürsorge jemals Hedwig zusammengebunden in einer Büroschüblade gefunden hätten, so hätten sie bestimmt etwas dagegen unternommen.« Und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, fuhr Mutter fort, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und »Batman«, schrie Hedwig, warf die Arme auseinander und ohrfeigte das Kind neben sich. »Wie bitte?«, fragte Mutter. Mutter las nie Comic-Hefte. »Aus dem Dunkel der Nacht erschien Batman, der Rächer der Entrechteten.« »Ich weiß nicht, wovon du sprichst, Hedwig«, sagte Mutter. »Das ist der Engel des Herrn, der zu den Hirten aus Feld kommt.« »Aus dem Nichts?«, fragte Hedwig. »Aus dem geheimnisvollen Dunkel der Nacht, ja?« Naja, Mutter sah etwas unglücklich aus, gewissermaßen. Hedwig setzte sich wieder hin und sah sehr zufrieden aus, so, als ob das endlich ein Teil der Weihnachtsgeschichte wäre, den sie verstand. »Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Land«, las Mutter weiter, »kamen die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen.« »Was bedeutet Weisen?«, wollte Olli wissen. »Waren Sie sowas wie Lehrer?« »Nein, du Quatschkopf«, sagte Klaus. »Das ist sowas ähnliches wie der Präsident der Vereinigten Staaten.« Mutter sah ihn überrascht und beinahe beglückt an, so wie sie geschaut hatte, als Charlie endlich das Einmaleins mit Fünf auswendig konnte. »Du bist schon ganz nah dran, Klaus«, sagte sie. »Tatsächlich, es waren Könige.« »Jetzt aber weiter«, meuterte Eugenia. »Wahrscheinlich werden die Könige dem Wirt gründlich die Meinung sagen und das Kind aus dem Trog holen.« Sie fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Mürre. »Was sind das für ein Zeug?«, wollte Leopold wissen. »Kostbare Öle«, sagte Mutter. »Und wohlriechende Harze.« »Öl«, schrie Eugenia. »Was für ein schäbiger König bringt denn Öl als Geschenk mit? Da kriegt man ja bei der Feuerwehr bessere Geschenke.« Manchmal bekamen die Hertmanns Weihnachtsgeschenke auf dem Feuerwehrfest. Gewöhnlich bekamen Eugenia Strickzeug und Puzzlespiele, die sie überhaupt nicht mochte. Aber ich glaube, sie fand das immer noch besser als Öl. Dann kamen wir zu König Herodes und die Hertmanns hatten auch von ihm noch nie etwas gehört. Deshalb musste Mutter erklären, dass es Herodes war, der die drei Weisen ausgeschickt hatte, um das Baby Jesus zu suchen. »Hat der die mickrigen Geschenke mitgeschickt?«, fragte Olli. Mutter sagte, es sei noch viel schlimmer. Er habe den Plan gehabt, Jesus umzubringen. »Verdammt!«, sagte Eugenia, »gerade geboren und schon wollen sie ihn umlegen.« Die Hertmanns wollten alles über Herodes wissen, wie er aussah, wie reich er war und ob er irgendwelche Kriege geführt hatte. Sie interessierten sich wirklich stark für Herodes und ich nahm an, dass sie ihn mochten. Er war so gemein, dass er direkt ihr Vorfahre hätte sein können, Herodes Hertmann. Aber ich täuschte mich. »Wer spielt denn den Herodes in dem Stück?«, fragte Leopold. »Der Herodes kommt in unserem Krippenspiel nicht vor,« sagte Mutter. Das machte alle Hertmanns wütend. Sie wollten, dass jemand Herodes wäre, damit sie ihn verprügeln würden.